Weiter geht's! Hm? Auf einer Seite unseres Lams steht der falsche Hirte! Auf der anderen die Überreste der gottesschlesterlichen Vox Populi! Wer von euch Männern kehrt nicht freudig heim zu Gott, damit sie ihr Schicksal erfüllen kann? Freut euch! Freut euch! Der Tod hat keinen Stachel! Oh, wird geschossen. Moment noch! Geht auf! Geht weiter, schieß! Da! Schon dabei! Geht weiter! Geht weiter! Geht weiter! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was nicht? Warum sinken die so langsam? Ich weiß nicht. Wir müssen abwarten. Ein Viertel der Kapseln ist weg. Mehr nicht. Das war's für den. Wo? So. Komm, wo ich halt schieße? Das zieht sich ganz schön. Da, der da! Bitte sehr! Papier Salze! Achtung! Gut! Bucka, die Strecken sind vorbei! Erste Hilfe, Bucka! Bitte sehr! Danke! Ja! Aber was greift dir das Ding? Es mag sein, dass ich sie besiege, De Wind. Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. So, hier lang. Kleine, wo bist du? Uiuiui! Ein Deck noch. Das übernehme ich selbst. Nein, ich komme mit. Oh! Folger! Da, da, da! Da, da, da! Comstock ist ein Deck höher! In der Kabine des Propheten! Da, da geht's hier lang! Das ist nur die andere Seite! Hopp, hopp, hopp! Ein Deck! Oh! Da gibt's hier Waffen. Wo ist er denn? Fertig! Töte ihn! Deine Schuld! Deine Schuld! Oh! 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 Noch ein wenig! Aaaaaaah! Alles klar. Was ist das Vieh? Es sieht übel aus. Ich sehe zu, dass ich noch was finde. Oh, was ist das Vieh? Es sieht übel aus. Ich sehe zu, dass ich noch was finde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm wieder her! Die Geist hinein! Ebra! Es ist nichts Besonderes! Aaaaaah! Du, ich kommst mit dich! Einzige Beweide! Abfinde Ich klick ihn nicht vor den Lauf! Ich drücke dich für den Lauf! Wir haben alle Rohren! Unde Rat! Oh, come on! Okay! Ah, den Arzt! So. Diese Skyline bringt uns zur Kabine des Propheten. Ist ihr sicher? Oh, ich weiß noch nicht, was es hier gibt. Ganz bewusst, was haben wir jetzt? Zack. Okay, ich hab' nicht gestoß. Äh, ist das die Waffe? Na, ist der andere. Na gut. So, so, so. Wolltest du denn das Skyline gesehen? Nicht sie, soll es schützen. Ach. Hopp. Du willst einen Tisch machen, falscher Hirte. Aber er läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Oh Gott, oh Gott. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Showdown. Alles service. Wie sieht's aus? Bist du breit? Das ist mein Turm. Was ist das? Der Siphon? Ich hab' das da gesehen. Ich hörte dich von oben zu sehen. singen. Und die Maschine erwartet zum Leben. Und dann, im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm... So. Keine Pause. Tschüss und schau, bist du.